Ich glaube hier Papaya. Wie reicht es? Was nehme ich denn? Ich nehme den einen. Der sieht schön aus. Zack, ist von unserem Garten. Jawohl. Das ist Thailand. Oh, Felder von meiner Mutter. Oh, das fällt. Oh, guck mal. Oh, die Menschen. Ich glaube, ich nehme den hier mit. Jupp. Das nehme ich noch. Oh, der sieht gut aus. Den nehme ich auch mit. So. Oh, wie das duftet. Drei. So, Chili. Oh, meine Tante hat gesagt. Ah, da ist das. Da ist Chili. Jawohl. So. Dann nehme ich eins. Zwei. Und. Drei. Der sieht auch schön aus. Und der hier auch. Und Scharfseiden. So. Jetzt weiß ich erst mal. Meine Hände sind total gelb. Meine Finger sind gelb. Magic Yellow. Oh, meine Cucuma. Oh, meine Cucuma. Oh. 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 Oh, mein Cucuma hat sich erst mal einen Panzer gekauft. Ja. Oh, mein Cucuma hat sich zum Beispiel an den Anjunjun. Oh, mein Cucuma hat sich outro. Ja. Ich bin ja. Aber ich bin ja. Ich bin ja. Ja, hier drin habe ich den Fisch gefangen, ich bin reingesprungen, ich habe den hier gefangen und den zerlegt. Hier habe ich den rausgeholt. Da ich keine Reibe habe, mache ich das so hoch. Okay, jetzt habe ich den Fisch gefangen, dass ich ihn mit meinem Geist habe. Ich habe den Fisch gefangen. Ich habe den Fisch gefangen und den Fisch gefangen. Aber im Moment nur, du mit dir leckst. Später vor dir. So. Wir werden mal das Kleid schneiden. Ah, ich habe vergessen. Ich hatte kaum Zeit. Ist es noch da? Noch da, ja. Klubloch. Und Kurkuma. Alles klein schneiden. Musst du auch nur grob schneiden, damit das Fleisch zerstoffen kann. Haben wir auch nicht mehr so gemeint? Schleif es sich entsprechend an. Puh, Schleswig, �럼도 Hausmann Hut Koffe 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 Bisschen salzen. 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 Bisschen salzen.